Jo Leute, der zweite Teil für G-Jailbreak für die Animated Boot Logos. Also das ist mein einziges Favorite Boot Logo. Wer nicht weiß, wie mein Boot Logo enablen kann, schaut in die Beschreibung. Da habe ich ein Video, wie man das alles über das Video kriegen kann. Also, in der Description steht ein Video über, was ich gemacht habe, wie ihr es aktivieren könnt, das Animated Boot Logo, also enablen. Ja, um, my favorite is i-Ninja. Ninja Mutlu. Wir können auch andere installieren. Das ist mein Favorite. Das ist mein Favorite Boot Logo. Wie geht es? Aha. Cool. 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 Jetzt installiert es. Und dann könnt ihr es auch schon sehen. Ja, dann geht ihr einfach zurück. Und dann könnt ihr es auch schon sehen. Mit dem Boot Logo. Er schaut dann so aus. Ja. Ist zwar nichts Vorles, aber mir gefällt es. Ähm, könnt ihr nochmal sehen. Und da war er. Ihr könnt auch andere sehen, wenn ihr auf Studio. Andere könnt ihr unter Kategorien und dann Erweiterung B.O. Das heißt Boot Logos, Erweiterung B.O. Und jetzt viele Boot Logos. Zum Beispiel Android vs. iPhone installieren wir mal. Das Boot Logo. Stetigen. Das ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich zeig's euch. Komm schon. Wo hab ich das gehört? Egal. Ähm. Dann geht ihr einfach raus hier. Mal raus aus Studio. Brauchen wir nicht. Dann geht ihr unter Boot Logo und dann habt ihr Android vs. iPhone. Buh. Hm. Habt ihr es gesehen? Okay, das war's jetzt von meinem Favorite Boot Logo Video und wie man es installieren kann. Viel Spaß damit Leute. Tschüss. Sagt du auch was? Ciao.